Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich so aussehe wie in den letzten drei Videos, aber ich habe heute einen Tag frei und deswegen nutze ich die Zeit, die Sachen schnell abzudrehen. Ich habe euch ja das Aufgebucht-Video schon gezeigt und wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne auch nochmal reinklicken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und ich war vorhin bei Real, was ihr im letzten Video sehen werdet. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr da auch gerne reinklicken und dann war ich danach noch bei DM. Und ich habe da auch noch einiges mitgenommen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt gerne dranbleiben und euch das angucken. Ich fange hier direkt mit der Tüte an. Die ist auch schon wieder ordentlich gefüllt, denn ich hatte die letzte Zeit wenig, also so gut wie gar keine Zeit, einkaufen zu gehen. Und da sind ja ganz viele Sachen schon wieder leer gegangen. Und es gab jetzt auch ab und wieder ein paar Sachen, die mich sehr interessiert haben, die ich auch schon kenne und nachkaufen wollte. Ich fange hier erstmal mit der Sache an, die daneben liegt. Das ist von Soft und Sicher das Toilettenpapier in dieser Frühlingsedition. Das kennt ihr schon von mir, das kaufe ich, glaube ich, die letzten zwei oder drei Monate regelmäßig nach. Das kam einmal mit. Dann habe ich hier von Denk mit, gibt es wieder diese L.E.s, diese Sommer L.E.s in Shining Water Lily mitgenommen, die Allzwecktücher. Die hatte ich letztes Jahr auch schon, fand die wirklich super gut. Die sind von der Wirkung genauso wie die anderen, aber die Düfte sind halt sehr, sehr schön. Da habe ich das einmal mitgenommen. Und da kommen auch noch welche danach, aber das ist jetzt alles unten, deswegen mache ich jetzt einfach hier weiter. Mit den Ebelin 50 Maxi Wattepads. Die habe ich ja jetzt leer gemacht, habt ihr ja gesehen in meinem letzten Video. Und die habe ich auch wieder nachgekauft. Da finde ich ganz schön, die fuzzeln zwar etwas, aber die sind vor allem weich. Und ich finde für das Gesicht, weil ich ein relativ empfindliches Gesicht oder eine empfindliche Haut habe, finde ich die wirklich sehr gut und kaufe die immer wieder nach. Und auch Wattepads, die 140 Stück, die kleinen von Ebelin habe ich mitgenommen. Da habe ich aktuell andere noch in Verwendung, aber da werde ich euch was in meinem nächsten Aufgebrauchvideo zu sagen. Dann habe ich hier noch Kerzen mitgenommen. Ich habe nämlich unter anderem auch für diesen Behälter größere Kerzen mitgenommen, weil die ja sonst auch so schnell abbrennen und dann auch verlaufen. Da habe ich von Profissimo diese Rustikkerze mitgenommen in so einem Graubraun. Die fand ich ganz schön. Die habe ich zweimal mitgenommen. Genau, zweimal. Und auch zweimal habe ich die genauso, genau dieselbe, die Rustikkerze in etwas kleiner mitgenommen. Ich habe nämlich auch noch andere Behälter, wo die große nicht reinpasst und deswegen habe ich noch zwei kleine mitgenommen. Finde ich eigentlich ganz gut. Die gehen nämlich nach einer Zeit auch aus. Also es bleibt so ein Sicherheitsrand, damit die nicht verläuft. Aber trotzdem halten die sehr lange. Die sind doch ohne Duft. Aber ich habe auch ganz viele Duftteelichter und sonst beißen sich die ganzen Gerüche. Deswegen kaufe ich mir oder die oder bei Primark welche, je nachdem. Wobei die bei Primark schon sehr parfümiert sind und das dann auch wieder etwas schwieriger ist. Dann ist hier eine Sache von meinem Freund. Das ist eigentlich das Gesunde Plus. Das heißt, es ist aber Mivolis. Genauso wie meine Rausetabletten haben die das umgenannt. Das ist ein Diätprodukt, Diät Vitalkost. Irgendwie mit Stevia gesüßt. Mein Freund will nämlich jetzt ein bisschen wieder für den Sommer abnehmen. Und er trinkt sowas gerne. Ich bin gar kein Freund davon. Es ist mit Vanille Geschmack und deswegen hat er sich das mitgenommen. Dann habe ich hier noch Kosmetiktücherboxen von Soft und Sicher. So eine wunderschöne, ein bisschen gestreifte und auch sehr, sehr schön eigentlich fürs Wohnzimmer oder für den Nachttisch oder auch hier am Schminktisch. Also ich finde, diese Boxen kann man überall hinstellen. Finde ich auch sehr gut. Die kaufe ich ja auch immer wieder nach. Wie ihr seht und brauche sie auch regelmäßig auf. Und auch eine, auch von Soft und Sicher, etwas dezenter gehalten, etwas rosa, aber auch sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch zwei große mitgenommen, ebenfalls von Soft und Sicher. Es ist immer dasselbe, aber es war jetzt so eine Reise, so ein Reisemotiv mit so einer Landkarte. Also wirklich sehr, sehr schön und kam mit. Und genau dieselbe noch einmal. Dann habe ich auch die Zellenwässer gebraucht, beziehungsweise ich habe noch eins hier in der Benutzung, aber keins mehr im Backup. Und ich finde, also bei mir ist das meistens so, ich benutze das dann und nehme dann einfach automatisch das Backup aus dem Schrank. Und wenn da keins ist, dann muss ich extra losfahren und das möchte ich nicht. Deswegen, wenn ich sehe, dass da nur noch so ein Viertel oder ein Drittel drin ist, kaufe ich mir ein neues. Und da habe ich von Bioree mir eins mitgenommen mit blauer Agave plus Backpulver. Das habe ich dezent überlesen beim Einkaufen, denn es ist auch durchsichtig, etwas bläulich. Das ist ein Bezellenreinigungswasser ohne abspülen, ölfrei, mit Schminkstier ab. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, denn ich habe von Bioree, wie ihr in meinem letzten Aufgebrauch gesehen habt, ja nur die Clear Up Stripes ausprobiert. Und ansonsten habe ich noch nichts von dieser Marke gehabt. Deswegen bin ich sehr gespannt da drauf. Sonst habe ich ja immer das von Garnier, aber ich wechsle mich da auch ab und probiere mich vor allem auch durch. Dann habe ich meinen Ebelin Nagellackentferner. Ich glaube, der ist mit Aceton nachgekauft, denn ich benutze ja durch die Arbeit nicht so viel Nagellack. Nur wenn ich mal ab und zu mal frei habe, dann benutze ich Nagellack. Und ich finde, dann kann ich auch acetonhaltigen Nagellackentferner nehmen. Denn der trocknet zwar die Nägel aus, natürlich, aber er nimmt halt meinen Nagellack besser ab. Und bevor ich dann die doppelte Zeit brauche, um alles abzumachen, kaufe ich lieber den, mache das schneller ab, creme mir die Hände richtig ein, versorge meine Nägel mit Öl und dann ist es auch bei mir eigentlich ganz gut. Deswegen kam der mit. Dann wieder mein Tiefenreinigungs-Shampoo von Balea. Kennt ihr von mir, brauche ich nichts mehr zu sagen. Upsala, Entschuldigung. Dann nochmal von Dinkmit Hawaiian Hibiskus Allzweckkücher. Finde ich auch sehr gut, hatte ich auch schon gehabt. Und die dritte Sorte Spring Blossom, ebenfalls Top-Produkt. Und da ich jetzt eh keine mehr zu Hause hatte, habe ich mich sehr über diese LE gefreut, dass sie jetzt gerade rauskam. Dann habe ich hier von Dinkmit die feuchten Bodentücher in ganz normal mitgenommen. Da habe ich hier auch gesehen, dass ich die mit Granatapfel als letztes benutzt habe. Die gibt es aber jetzt leider nicht mehr, deswegen habe ich die ganz normalen grünen mitgenommen. Aber die riechen auch ganz frisch. Dann auch von Dinkmit Hygiene Reinigungsdücher Desinfektion. Die benutze ich dann, um über die Toilette zu gehen, also über Bereiche, wo ich jetzt nicht unbedingt einen Lappen nehmen möchte, den dann auswaschen möchte oder in die Waschmaschine packen möchte. Da nehme ich einfach so ein Tuch, wische drüber und dann ist alles sauber. Und ich fühle mich dann auch sicherer mit den 99,9% der Bakterienbeseitigung. Das finde ich wirklich sehr gut. Und so viel von den Tüchern benutze ich jetzt auch nicht. Eigentlich so gut wie nur für die Toilette. Deswegen reichen die auch sehr, sehr lange aus. Dann habe ich hier eine Sache ein bisschen platt gemacht, aber die kann man wieder gut zusammenbauen. Von Balea die Q10 Antifalten Augencreme habe ich mir mitgenommen. Natürlich bin ich noch nicht so alt, aber das Problem ist, ich leide sehr an trockenen Augen. Vor allem hier oben auf dem Lid und auch unter dem Auge. Und was dann auch, vor allem wenn man sich abschminkt, anfängt zu brennen oder wenn man sein Gesicht mit Waschgel reinigt, man natürlich auch reibt. Und deswegen habe ich mir die Q10 Augencreme mitgenommen, weil die einfach reichhaltiger ist. Also sonst gucke ich da nicht so nach, Anti-Age und Q10. Nur ich habe mich, ich habe einige Zeit ständig an der Theke bei dm oder am Regal, habe mir die Sachen durchgeguckt und es hat mich eigentlich nichts angesprochen, außer dann Sachen, die mal eben so bei 15 bis 20 Euro waren. Und ich finde, das lohnt sich bei einer Augencreme ehrlich gesagt nicht so wirklich. Beziehungsweise ich hatte von Klinik mal eine gehabt, die hat sich gelohnt. Aber da kann ich auch genauso erst mal mit den Q10 Augencremes rumprobieren. Und wenn ich da nicht zufrieden bin, kann ich immer noch in den High-End-Bereich gehen. Aber die hat mich angesprochen. Und wenn die auch ein bisschen die Augenpartie strafft, ist es auch in Ordnung. Es ist für mich aber kein Muss. Hauptsache sie versorgt sie intensiv mit Feuchtigkeit. Dann habe ich hier noch aus der Probeabteilung von Balea Body Lotion Cherry Flower mit Kirschblütenduft mitgenommen, so eine kleine Größe. Da gucke ich immer, also ich gehe, wenn ich bei dm bin, meistens daran vorbei und gucke, ob irgendwas Neues da ist, was mir gefällt. Denn hier sind auch nur 75 Milliliter und da ich hier einiges auch an Cremes habe, versuche ich dann nur so kleine mitzunehmen und dann einfach auszuprobieren, wie die gerade ist. Und ich sehe gerade, dass sie aufgegangen ist. Deswegen war das alles so ein bisschen schmierig. Auf jeden Fall nehme ich dann immer so was Kleines mit und kann das dann ausprobieren. Und ich glaube, die gibt es auch, denke ich mal, nur in diesen kleinen Varianten, weil die Sorten, die wechseln ständig und ich sehe die nur in den kleinen Varianten. Deswegen habe ich mir die einfach mitgenommen, um es auszuprobieren. Dann auch wieder mein Favorite, brauche ich nicht zu sagen, der Balea Augenmakeup Entferner. Den kennt ihr von mir, der muss auch immer als Backup da sein. Und als letztes ebenfalls von Balea den Rasierschaum Tropic Papaya mit dem Duft von Papaya und 40 für empfindliche Haut. Da habe ich ja am Anfang immer den von Gillette benutzt, aber mittlerweile eigentlich das Gel. Aber mittlerweile ist mir das eigentlich egal, ob das Gel oder Schaum ist. Und da gucke ich immer, was mir so an Sorten gefällt. Und aktuell hat mich das angesprochen, deswegen kam das mit. So, das war jetzt auch schon alles mit meinem Haul und auch mit den Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.